zockermorde ja da hatte ich meine schlechte batterie aus jux und tollerei sogar verbaut alter was wie viel gascans gibt es nie alter krass na das ist schon aber das eine eine verfickte item was ich suche schuldigung da war die ganze zeit drauf das konnte man noch nie bauen das soll angeblich beim entweder im auto direkt anbieten oder halt wenn es mit einer ranch auseinanderbaust ja das ist die theorie aber ich habe bisher noch nicht ein einziges ich weiß nicht ob man da vielleicht einfach auch von der qualität also selbst dass das irgendwie was hochwertiges ist das man vielleicht bessere dinge braucht um das looten zu können vielleicht brauche ich dann bessere rent von der qualität her könnte ja meine bauen haben wir haben ja vor allem dabei ich baue mal einer lassen wir mal ein auto über irgendwo hast du welche ich bin gerade im haus ich habe ich werde gehandelt ich gehe mal aus dem haus sagen wir ja draußen ist eine wanderhorde war einer auf der rückseite vom los gewesen gerade die haben offen fast gehauen die idioten ich sehe schon jeder sammelt einer von euch die fässer hier mal bitte ein auf der rückseite kann ich gleich machen und shotgun wollte keinen haben ja doch ja ja im rotfall nehme ich das auch glaube ich warte mal was kennt das nicht die shotgun kann ich nur nicht wo bist du du bist blau warte ich komme dazu dann kannst du mir mal überflüssige rezepte gerne drücken wo wir schon dabei ja wem alles wo ich hatte ich 2 will eine 213 mensch gleich haben kann ich selber bauen die linke weiter ja 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 213 ist schon da wollte ich auf jeden fall ordentliches zeich raus ein paar copy geben da weiter da waren wir da waren wir was was war was es war war es Danke, Papali. Oh, oder? Oh, oder? ist aber mutig alter der gerade da den zombie von mir erschlagen ich habe erschlagen glaube ich so hat es so aus alles kreppen hier scheiß Was kann ich? Oh, hier Glas. Die Dünse. Headlights finde ich ja etwa 3 Milliarden Stück, ne? Ich habe erst zwei Stück oder so gefunden, ne? Ne, egal, guck mal. Äh, warte. Unten links. Roten Motor, 164. Unten links, da ist so eine Notiz, ich weiß nicht, ob du die machen kannst. Weil ich habe gerade irgendwie schon eine aktive Quest. Ah, das ist bei mir gefehlt. Ich habe Lead-Batterie. Das ist natürlich schlecht. Noch einer. Sehr schön. Ah, das kann ich noch wegbauen. Noch eine Lead-Batterie. Ne, den kenne ich schon. Okay, sorry. Dachte ich, machen wir mal. Hunting Rifle? Habe ich das nicht gerade erst gelernt? Ja, habe ich. Äh, braucht einer von euch eine Hunting Rifle noch? Also das Rezept? Habe ich schon, danke. Äh, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht. So, wollen wir... Du drückst den Tab und guckst mal, ob du eine Hunting Rifle bauen kannst. Ne, geht ja nicht. Ah ne, siehst du ja so noch gar nicht. Nee. Muss ich mir eine Hand nehmen. Äh, gut. Wo bist du? Ach so, hier. Ja. Liegt da unten auf dem Boden. Gribbelt rum. Ach, kaputt genommen hier. Und, kennst du schon? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nö. Nö. Naja, ist klar. Naja, ist klar. Jungs, wollen wir weitergehen. Na und? So, Iron Arrowhead. Wohinig. Scheiße. Wohinig. Keiner will. Keiner will. Was ist los? Wir haben nur noch sechs Stunden, ne? Wir könnten mal so langsam Richtung Base jetzt hier einmal über den Acker zurück. Quatsch, wir übernachten in der Nacht, in der Dings oder was? Ja, wir übernachten in der Nacht, was können wir machen? Mir total lax. So, wo lang? Unterwegs, unterwegs ein Haus suchen und dann im Haus anschließen, was los? Hm, okay. Ist okay, bis der Loot dann weg ist und dann wieder alle heulen. Ist okay. Ich erinnere euch dran. Ich bin sowieso voll hier mit Loot. Also ich bin, ja, ein bisschen kann man noch, aber... Also wenn jetzt auf dem Weg noch ein, zwei Häuser zum Plündern sind, sag ich nicht das. Pass auf, wir können auch jetzt hier in die Straße reingehen. Dann kommen wir zu der City, die wir, ähm, zu Anfang geplündert haben. Na los, Rainer. Vermutlich, je nachdem wo die Straßen nachher hinfinden. Genau. Dann haben wir diesen Sektor hier erstmal abgefarmt und dann wissen wir, Ja, alles klar. Brauchen wir nur die Straße entlang gehen. Das läuft. Warte, das läuft. Alter, die Straßen hier, ne? Schlimmer als im Osten, ey. Hm, das ist ja endlich jetzt schön jetzt. Oh, hier, wieder Autos. Geht. Ja, abbauen, Alter. Ja, abbauen, Alter. Ja, abbauen, Alter. Ja, das ist ja viel Stahl oder sonst was. Ne, das wär schon cool. Das war vorher so. Hm. Du kannst ja sehen, wie viel live quasi. Items hatten, so. Muss ich gar nicht hier irgendwie, äh, Challenges auswählen oder so? Ja. Quests. Also du kannst in deine Quests reingehen und da kannst du die aktiv oder inaktiv schalten. Remove Quest? Ne, ne? Toggle Active? Toggle Active, ja, ne? Ah. Also das ist dann die, die ja oben rechts zu anzeigen, ne? Auch irgendeine Quest. Ich hab sie gefällt. Oh, die Straße geht jetzt aber hier erstmal frech nach unten. Framerate geht schon wieder runter hier. Framerate geht runter. Ihr habt doch alle einen Schaden. Ihr kann auch noch mal das Backpack? Äh, ja, Geek, du gehst gerade nach unten, ne? Ja, ich will aber zum Auto. Ist das ein Backpacker da? Gehen wir hin. Jetzt ziehen wir gleich mal rein hier. Ey, dieses Scrap Cable Hammer hier, das gibt's doch gar nicht. Nein, das ist verboten. Diese Kacke brauchen wir hier nicht. Und? Natürlich nicht. Na klar. Ja, das wusste mal wieder keiner. Oh. Rausgeflogen einfach? Ja. Nö. Oh, einfach passiert in einen Tag da. Ja. Also ohne irgendwas für eine Fehlermeldung und sonst was. Einfach flop. Ja. Na gut. Ne, ich hatte eine Fehlermeldung. Irgendeiner. Noch ein Auto hätten. Na gut. Soll passieren. Kann passieren. Ja, das ist nicht schlimm. Ist nicht ständig passiert. Ey. Entschuldigung. Also wir laufen in der Nacht zurück, wenn wir jetzt weiter gehen, ja? Brauchen wir Lead? Das habt ihr da auf den Auftrag? Ne, ich brauche einfach nur Lead. Ich habe nur Lead hier. Ey. Ihr habt doch. Also ich habe zum Beispiel eh ein volles Inventer. Bei mir macht das jetzt nicht so viel Sinn da unten irgendwo rum zu krauchen noch. Und wenn wir jetzt ganz normal Koordnungs hier uns zurückziehen? Ist okay jetzt. Ja, bin ich auch dafür. Na, gehen wir zurück. Das ist der Ampere noch groß. Ja, ich finde es halt immer ein bisschen, äh, äh. Es bringt halt nicht so viel irgendwo rum zu suchen, wenn man eh alles voll hat. Viel zu viele Items, die man da liegen lassen muss. Nicht gesund. Du hast schon volles Inventar, ne? Ja, ich habe gerade Sachen von dir aufgeladen, äh, aufgesammelt. Ja? Sammelt, ja. Ah, ist klar. Dann gehen wir zurück hier. Wie lang gehen wir zurück, ja? Das? Collect Spring. Ne, wir müssen rückwärts in eine Richtung. Ja. Ja genau. Wir müssen jetzt hier über diesen kleinen Berg. Klein vor allem. Ja. Ja. Die Straße müsste bis ungefähr da führen, wo Geeks Mine anfängt. Oder der eine Ein- und Ausgang ist da. Na geil. Hoffe ich zumindest. Ja, da würde ich mich ein wenig sicher fühlen. So, dann gehen wir doch mal hin, oder? Hm? Wie rum? Muss ich mal reingucken. Dinger. Alles voller Dinger. Ja. Gehen dir's ab. Na, das ist bei mir auch gerade. Muss ich mir am Ohr kratzen. Ha, 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 ha. Kannst du mal heuschen? Wo? Wo? Da, links. Oh, da ist ein Zombie vor mir. Geht aber schnell. Äh, wollt ihr jetzt ins Haus oder noch zurück? Also es sind nur noch anderthalb Stunden, ne? Ja, los, zurück. Zurück, zurück, zurück. Okay. Ich renne jetzt durch, ich loot da nix mehr. Und? Ich hab hier irgendwo gerade meine Quest gehabt, aber ist egal. Fällt's auch gerade nicht so voll die Zombie-Action hier. Wird's halt für Minibikes, Leute. Oh, ne, wird's. Und Raketenwerfer. Ganz wichtige Sache. Oh, ne, weißt du, dass ich oben von meinem Tor runterballern kann. Vom Minibike, Alter. Fling, fling, fling. Ja, genau, einer hinten auf Minibike drauf. Rocket Launcher, Abfahrt. Das ist mal mobile Artillerie dann, Alter. Ding, 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 ding. Verdammt cool. Ah, Zerstörer. Oh, ein Buch. Minibikes. Ja, das lese ich. Das find ich gut. Nein. Ding, ding, ding. Minibike für Dummies, Alter. Oh, Alter. Lacker, ey. Lecker. Aber nicht schlecht. Ich loote hier gar nichts mehr. Ich renne durch. Keine Ahnung. Ja, es war vielleicht noch ein Auto auf dem Weg. Dass ich einmal kurz angetatscht habe. Nutzer nix, ohne Scrap Cable geht nix. Das ist richtig. Ich hab auch immer noch keinen. Ich suche ja aus Scrap Cable. Ich hab da gar nicht so ein scheiß Buch gesucht worden. Obwohl es natürlich nicht verkehrt ist, dieses Rezept zu kennen. Ach, hier sind wir. Ach, hier. Okay. Oh, Alter, bin ich froh, Alter. Mit diesem Minibike rumzuballern, Alter. Da hängt ein Basket drauf und dann Abfahrt. Hehehehehehe. Ist aber wei. Hier sind Zombies. Oh, da war's da. Wo denn? Ich hör die. Wenn die rausflippen, dann ist das Ende. Gibt doch noch Zeit, ne halbe Stunde. Ja. Ja, ich weiß. Schön, dass meine Ausdauer auf quasi null ist. Ist das hier der Ausgang, Gig, wo ich jetzt gerade stehe? Von der Höhle? Äh. Ja. Okay. Da wäre runterspringen sehr nicht gesund. Ja, aufgrund. Schön, dass die Zockermale sich immer weiter von mir entfernen. Um mich zu kümmern und zu beschützen. Wo bist du denn? Ich weiß nur, dass da hinten ein, zwei, drei Milliarden Zombies sind. Wo ist das von der Straße hier? Gleich zu Hause, oder? Äh. Wird auch Zeit. Ey, bist du nah oder was? Ähm. Gleich. Glaub ich. Hoffe ich. Ja, dürfte gerade so passen. So fast mit dem Gong. Kannst du denn mal ein paar Seeds herstellen? Minibike Seeds? Soll ich schon mal haben? Ein Frame, zwei, drei Frames schon mal herstellen? Sollt ihr auch schon mal haben? Erstmal muss ich hier zurück in die Base, dann gucke ich was ich in Items habe und was ich bauen kann und dann baue ich es ja. Alter, hast du jetzt eine Scheinwaffe oben auf dem Turm? Ja, ne? Jetzt ist das anständig aus da oben. Habe ich gerade voll geblendet, ey. DDR-Turm. DDR-Turm. Guck mal. Guck mal schnell rein hier. Uhuhuhu. Ja, aber wirklich, genau um 10. Mhm. Guck mal. Um 10 Uhr hier durch, durch die Pforte geschnitten. Warum ist eigentlich die Tür hier so kaputt halt? Was ist denn los? Was? Was geht denn hier aber da? Sind nicht anständig gearbeitet? Ey, ernsthaft, ne? Könntet ihr auch mal diese Essenskiste hier unten in der Küche nicht für alles nutzen? Das wäre voll cool. Aber scheiße so, ey. Okay. So. 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 dann lassen wir mal. 26 minuten. drei acht jahren. So. 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 Buh, 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 buh. Oil und Sprit vielleicht jetzt nicht, aber... Vor allem, wir hatten da die 300 Gascans von mir weggelootet, Alter. Oder haben wir die noch irgendwo? Oh, ne da 860 Gascans. Ich hab mich schon gewundert. Äh, WETF. Brauchst du noch Gascans? Ich hab auch noch irgendwie... Ich hab grad 2000 Gascans mitgenommen. Ja, ja, ja. Ich hab schon mal ne orangen, ne... Äh, Shotgun. Das ist schon mal sehr geil. Es geht schon scharf. Ich mach jetzt auch was. Brauch mal für die Shotgun, Alter. Shotgun ist nicht richtig Porno. Die war schon immer Porno. Die haben sie jetzt nochmal richtig gepimpt, ey. Habe ich... Magnum hab ich noch nicht gelernt. Magnum-Parts haben wir auch schon starke. Mal so nebenbei. Okay. Haben wir... So, ja. In den Seeds kommen wir unten. Ah, ich finde das Baumenü aber eigentlich ganz cool, ne? So hier für... Das Fett auch. So. Dann sag ich jetzt erstmal, es ist ja Nacht. Wir machen jetzt sowieso noch so ein bisschen rum. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.